hallo der sie freunde seit drei monaten gibt es den server de 001 es läuft wirklich gut der server ist die meiste zeit voll also zumindest in den sperrstunden und ja das verhalten auf dem server ist klasse ich muss sagen mir macht es richtig spaß wenn ich mal zeit habe dann als macht richtig spaß leute verhalten sich respektvoll zueinander wenn was ist dann erklärt man das oder man man hilft sich gegenseitig es macht richtig spaß wieder ich habe das seit blatt best eigentlich sowas nicht mehr erlebt und ja gut der mod war so gut wie tot dass sich das noch mal so erholt hätte ich nicht gedacht aber umso besser und ja ich hoffe wir haben noch viel spaß zusammen alle und genießt die zeit auf dem server es ist ich hab mich vermisst ich hab was vergessen wie ich mag wie du bist kenn ich schon seitdem ich klein war wir hing immer zusammen damals waren zwei wochen fliegen ohne dich und zu lachen habe als kind jeden tag in der straße gespielt jedes mal wenn meine mami suchte saß ich bei dir wir wurden älter und ich lernte dich noch besser kennen erinnern mich wie wir am kleinen schloss mal zum gesessen sind im Das war's für heute. 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 Das war's für heute.